Hallo, wir nehmen heute die Challenge in Kauf und zwar wurden wir von Frank nominiert. Das ist der Frank von dem Kanal S&F Womo Reiseerlebnisse und es geht um die Kartoffel und die Zwiebeln oder Erdapfel sagt der Franz. Bei uns heißen die Kartoffeln und wir sind hier in Kroatien, da heißt die Kartoffel Krumpir und die Zwiebel heißt Luk. Und wir zaubern jetzt ein Gericht und zwar Hähnchen auf Ofenkartoffeln im Omnia. Viel Spaß beim Zugucken. So, guckt euch das an. Der Herrmann, der schält die Kartoffeln so schön dünn. Sein Spezialmesser kommt auch immer mit, ne. So, die Kartoffeln, die werden jetzt in Scheiben geschnitten, ebenso die Zwiebeln und dann habe ich noch zwei Tomaten in Scheiben geschnitten. Jetzt kommen die Kartoffeln in den Omnia mit 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl. Ich glaube, das reicht. So, Salz, bisschen salzen. Pfeffer, darfst du drauf machen. Jetzt kommen die Zwiebeln drauf. Und dann wieder Kartoffeln. Wir schichten das so ein bisschen, ne. Wir haben die roten Zwiebeln und natürlich die richtig leckeren kroatischen Tomaten. Die schmecken noch nach Tomaten. Köstlich. So, Herrmann, ganz wenig Gemüsebrühe drüber geben. Ja, das reicht, glaube ich, schon. Und dann so etwa 100 Milliliter Wasser. Ist das 100 Milliliter? Ja. Ja, ist ein bisschen mehr, aber kannst du auch ein bisschen drin lassen noch. So, und dann kommt das Hähnchenfleisch da drauf. Die ersten Wespen kommen. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie lecker das ist. Na ja. So, und jetzt kommt der Omnia für 40 Minuten auf Gas nimmt. Oder länger. Schauen wir mal. Ja, eigentlich 40 Minuten. Und zwar die erste Viertelstunde auf volle Pulle. Und dann den Rest auch ein kleiner Flammel. So, dann sind wir nachher getrat. Gutes Gelegen. Challenge erfüllt. Schauen wir mal. Ich zeig das nochmal eben in die Kamera. So sieht das jetzt aus. Die Kartoffeln, die Zwiebeln sieht man zwar nicht so gut, aber ich verteile das jetzt mal auf den Teller und dann zeige ich es nochmal. Ja, wir haben uns verschätzt, ne? So, ähm, 40 Minuten war zu kurz. Wir haben, wir mussten das Essen wohl eine Stunde drauf lassen und dann auch, also... Wir hatten ja auch die kleine Flamme. Die kleine Flamme, ja. Ich habe jetzt eine Viertelstunde große Flamme und dann 30 Minuten kleine Flamme. und dann war es nicht hier wirklich durch. Jetzt wird es braun, aber jetzt geht's. Ja, jetzt haben wir es aber dann zuletzt doch nochmal auf volle Pulle. Jetzt zeig ich das nochmal in der Kamera. Zwiebeln, Kartoffeln, Challenge erfüllt, oder? Ich glaub wohl, ne? Haben wir gut hingekriegt, oder? Ja, hoffentlich. Ich hab's noch nicht probiert. Das wird wohl schmecken. Soll mal angucken, aber gut. Ich denke, wir haben die Challenge erfüllt. Oh, jetzt kommt eine Wäsche. Ja, die riecht das leckere Fleisch, ne? Ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschau. Tschau. Ist auch Fleischhaft. Ja, auch. So, reicht erstmal, Herr und dein Meier. Genau. Der Salat muss noch. Wir haben noch einen Salat gemacht. Einfach nur Tomate und Gurke. So, bitteschön. Ich dachte, da ist noch genug drauf für den Salat. Ja, Mann. Viel Salz. Und dann der leckere Essig. Das ist immer das erste, was wir in Kroatien kaufen. Weinessig. Und Olivenöl. Also das ist für uns das beste Olivenöl. Das Kroatische. Das Kroatische. Da nehmen wir immer ein paar Flächen von mit nach Hause, ne? Ja. So, dann, Hermann war noch auf Radtour und hat Feigen mitgebracht. Die sind jetzt reich. Die Tomaten. Ja, Tomaten hast du geschenkt bekommen, ne? Ja. 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 Ja, dann mal guten Appetit. So. 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 Vielen Dank.